Moin Freunde der Bundesliga und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ist vor kurzem die neue Bundesliga-Saison 2022-23 gestartet. Früher als sonst, das liegt wohl bekanntermaßen an die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft, die dieses Jahr nicht wie gewohnt im Sommer, sondern im Herbst startet. Deswegen kann es eine sehr, sehr wilde Saison werden, die ich versuche zu predikten. Im heutigen Video gibt es meine ungefragte und unbedeutende Prognose zur diesjährigen Bundesliga-Saison 2022-23. Bevor wir das Video beginnen, gibt es die üblichen Disclaimer. Ich habe mir zu jedem Verein auf einen Zettel paar Stichpunkte gemacht und werde versuchen, anhand meiner Stichpunkte zu argumentieren, wieso Verein XY auf diesen oder diesem Tabellenplatz steht. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass das Transferfenster noch zum 1. September offen hat und dass bis hierhin noch viel passieren könnte. Wir kennen diesen Transfersommer, der ist ganz wild. Vielleicht wechselt ein mir wichtiger Leistungsträger, weshalb ich einen Verein höher gerankt habe, als er in Wirklichkeit ist. Spontan zu einem anderen Verein oder einem Verein, den ich niedrig gerankt habe, holt sich ein Spieler, wovon ich eigentlich absolut überzeugt bin und ich auch am Ende glaube, dass dieser Verein den Verein höher treiben könnte. Das könnte das alles nochmal verändern, sowohl negativ, sowohl positiv. Vielleicht habe ich morgen eine ganz andere Meinung als gestern. So ist es halt, Meinungen verändern sich ständig. Gestern hatte ich Bock auf eine Brezel, heute Bock auf ein Nutella-Brot und morgen habe ich vielleicht Bock auf ein Käsebrötchen. Sowas ist absolut menschlich, also falls Fehler passieren sollten oder ich meine Meinung vielleicht im Laufe des Jahres verändere, dann seht es mir bitte nach. Dieses Video nehme ich gerade am 7. August 2022 auf und die Notizen zu jedem Verein sind auch noch ein paar Tage älter. Vielleicht lade ich das Video später hoch und Cristiano Ronaldo ist zu Borussia Dortmund gewechselt oder Konrad Leimer zum FC Bayern München. Also tut mir leid, falls ich da ein aus Versehen Quatsch erzähle. Vorab möchte ich nur mal sagen, dass es nur meine persönliche Meinung ist, nur weil euer Lieblingsverein bei mir schlecht wegkommt als bei euch, bedeutet es nicht, dass ich diesen Verein nicht mag, sondern dass ich von diesem Klub halt sportlich nichts erwarte. Tut mir leid, falls einige sich auf den Schlips getreten fühlen und jetzt aufs Prinzip disliken, aber irgendein Verein muss absteigen und irgendjemandem muss man leider wehtun. Also bevor ihr ein Bochum ist bester, du Huresohn, in die Kommentare da lässt, schreibt gerne eure Bundesliga-Tabelle in die Kommis und wir können ganz normal darüber diskutieren. Vielleicht sehen wir uns im Mai nächstes Jahres wieder und lachen darüber, wie schlecht unser Ranking war. Grüße gehen da schon mal raus an meine zukünftige Community und an mein zukünftiges Ich. Hallo, grüß dich. Um euch zu motivieren, dass ihr mal hier Kommentare schreiben sollt, zeige ich euch hier die Top 3 der besten Predicter aus meiner Community, basierend auf der letzten Bundesliga-Saison 2021-22. Platz 3 bin ich lustigerweise ich mit 55 Punkten. Auf Platz 2 ist der Airplayer73 mit 54 Punkten, obwohl der disqualifiziert sich eigentlich dafür, dass er Dortmund als Weißler getippt hat. Okay, egal, ignorieren wir einfach. Und auf Platz 1 ist Alexander Christmann mit 49 Punkten. Also herzlichen Glückwunsch an die 3, also 2. Der eine davon bin ich. Wollt ihr nächstes Jahr auch auf das Treppchen? Dann schreibt eure Tabellenprognose zur Bundesliga-Saison 2022-23 in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Fangen wir mal ganz normal von unten an und schlängeln uns dann langsam nach oben. Traditionell beginnen wir mit dem 18. Platz und ganz ehrlich, für mich gibt es keinen eindeutigen letzten Platz. Letzte Saison hatte man mit der Spielvereinigung für einen Aufsteiger, wo man von Anfang an gesagt hat, dass sie Letzter werden. Jetzt hat man so 1, 2, 3 Kandidaten, die dafür in Frage kommen könnten, aber es gibt es nicht den Favoriten auf den untersten Tabellenplatz. Meistens macht man es sich leicht und stellt einen Aufsteiger auf den niedrigsten Rang, aber ich sehe Schalke und Werder Bremen dort überhaupt nicht. Am Ende muss ich mich für einen Klub entscheiden und habe letztendlich die Hertha auf den 18. Tabellenplatz gesetzt. Letzte Saison absolute schlechte Leistungen auf dem Feld gebracht und wäre meiner Meinung nach schon letzte Saison vollkommen verdient abgestiegen. Leider gibt es immer noch die gottverdammte Relegation, wodurch sie die Hertha noch in allerletzter Not retten konnte. Hertha schmeißt Jahr für Jahr unmaßend viel Geld aus dem Fenster und man ist aktuell sogar noch schlechter, als man vor dem ganzen Money war. Man hätte es klüger investieren sollen, jetzt ist erstmal wenig Geld da, um den Kader nochmal zu verstärken. Man hat auf dem Papier zwar einen guten und okayen Kader mit okayen guten Spielern, aber trotzdem ist das noch zu wenig. Mit Sandro Schwarz hat man einen relativ guten Trainer an Bord geholt, aber ob man in Berlin in Ruhe arbeiten kann, ist die Frage. Für mich hat Hertha kaum noch eine richtige Seele, siehe da kein Kampf und absolute Unruhe. Mit der Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Braunschweig und die 3-1-Derby-Niederlage gegen Union Berlin hat man dazu noch einen schlechten Saisonstart erwischt. Das alles wird sich noch über die ganze Saison ziehen und Hertha wird meiner Meinung nach letzter. Auf dem 17. Tabellenplatz und zusammen mit Hertha direkt absteigen wird der VfL Bochum. Als Aufsteiger hatte sich Bochum letzte Saison sich gut in der Bundesliga gehalten und mit dem Sieg gegen die Bayern sogar für eine riesen Überraschung gesorgt. Jedoch finde ich die Konkurrenz zum Vergleich in der letzten Saison ist deutlich stärker geworden, führt es raus, Bielefeld ist raus. Ganz so kommen jetzt mit Werder und Schalke deutlich bessere Teams hoch. Ich glaube nicht, dass die Bochumer mit ihrem Kader da mithalten können. Leistungsträger aus der letzten Saison sind gegangen, der Kader wurde deutlich schwächer und überzeugt mich überhaupt nicht mehr. Auch muss man hinzufügen, dass es das verflixte zweite Jahr ist. Aufstieg, souveräner Klassenerhalt, Absturz, Abstieg. Das ist schon vielen Vereinen in der Vergangenheit passiert. Darmstadt, Fortuna Düsseldorf, Stuttgart und so weiter. Und ich glaube, es wird dieses Jahr auch die Bochumer treffen. Der 16. Platz ist ein Relegationsplatz und dort habe ich den FC Augsburg. Ich habe sie letztes Jahr fast in die Conference League getippt und jetzt in den harten Abstiegskampf. Mit Enrico Maaßen hat er einen Trainer geholt, wo ich nur unsicher bin, wie gut er ist. Er hat keinerlei Profi-Erfahrung als Trainer. Er war größtenteils in der Regionalliga unterwegs gewesen bei SV Trochtersen-Astel, SV Rödinghausen und Borussia Dortmund 2. Ich glaube nicht dran. Trotzdem gebe ich ihm eine Chance. Vor allem kommt der Bre aus Wismar und dann muss er gut sein. Kappa. Nein, Spaß beiseite. Der Trainer ist nicht der Hauptgrund, warum ich Augsburg so weit unten sehe. Für mich ist im Verein zu viel Unruhe und Stress mit Vorstand, Präsidenten, Ex-Spielern und Ex-Trainern, was sich nicht positiv auf den Verein auswirkt. Auch hat man mit dem PP-Transfer unnötig viel Geld rausgeworfen, was der Verein halt unbedingt braucht. Für das Geld hätte man vielleicht den Kader verstärkt, der für mich einfach nur unterdurchschnittlich gut ist. Also Augsburg auf Platz 16. Knapp die möglichen Abstiegsplätze ausgewichen ist der FC Schalke 04 auf Platz 15, der erste von zwei Aufsteigern dieses Saison. Das Ziel von Schalke muss es sein, die Klasse zu halten mit allen Mitteln. Meiner Meinung nach wird es Schalke gelingen, aber es wird bis zum Ende hin ein harter Abstiegskampf sein, wo man sich keine Fehler erlauben kann oder darf. Wir kennen alle die Schalker Fanbase, wenn einmal ein paar Spiele nicht gewonnen werden, kann es schnell mal zu Unzufriedenheit und Unruhe im Verein kommen. Das darf auf keinen Fall passieren. Der Verein ist im Umbruch und braucht seine Zeit. Wenn man den Vereinen diese Zeit schenkt, dann kann es zu einer vernünftigen Saison werden, aber es kann auch richtig in die Hose gehen. Bei Frank Kramer bin ich nicht so sehr überzeugt. Ich weiß nicht, ob er der richtige Mann ist für Schalke. Gleichzeitig hoffe ich einfach, dass Simon Terodder auch mal seine Tore in der ersten Fußball-Bundesliga machen kann. Ich bin gespannt auf Schalke wie Bettlaken und mal gucken, was diese Saison alles auf Schalke passiert. Meiner Meinung nach wird Schalke 04 die Klasse halten. Auf den 14. Platz und jetzt wird es kontrovers, habe ich den 1. FC Köln. Letzte Saison habe ich die deutlich stärker eingeschätzt als manch anderer. Sie haben die Erwartungen sogar weitaus übertroffen und werden diese Saison höchstwahrscheinlich an der Conference League teilnehmen. Auch wenn das für Köln eine sehr, sehr, sehr gute Saison war, muss man ehrlich gesagt sagen, dass Köln letzte Saison kolossal überperformt hat. Mit Steffen Baumgart hat man einen Trainer an der Seitenlinie, der durch seine Ausstrahlung und Mentalität die Spieler motiviert und auch deutlich stärker macht, als sie es eigentlich sind. Das hat Baumgart letzte Saison hervorragend hinbekommen und deshalb ist Köln deutlich stärker gewesen, als der Kader es eigentlich hergibt. Ich finde, dass Baumgart immer noch ein sehr guter Trainer ist, der noch einiges rausholen kann aus den Spielern. Allerdings wird der Baumgart-Zauber nicht für immer und ewig wirken und irgendwann erreicht man so den Punkt, als man die Spieler nicht somit erreicht. Dann hat man nur noch einen mittelmäßig guten Kader und wenn man sich dann noch für die UEFA Conference League qualifiziert, dann hat man noch eine nervige Dreifachbelastung. Wir wissen alle, was passiert ist, als Köln das letzte Mal international spielte. Auf jeden Fall bin ich aber gespannt auf Steffen Tegges. Deshalb für mich der 1. FC Köln auf Platz 14. Platz 13 der VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart ist mal gar nicht so eine schlechte Mannschaft. Letzte Saison deutlich unterperformt, obwohl der Kader was anderes hergibt. Junge und talentierte Kader, mal gucken, ob das was wird. Die meisten Spieler sind deutlich älter geworden und haben mehr Erfahrung als letztes Jahr. Hoffentlich hat man aus den Fehlern aus der letzten Saison gelernt. Auf jeden Fall muss man versuchen, Verletzungen zu vermeiden. Vor allem der von Silas, das hat Stuttgart schon letztes Jahr die Nase gebrochen. Gleichzeitig muss man es noch irgendwie hinbekommen. Wichtige Leistungsträger vielleicht noch zu halten oder einen guten Ersatz zu finden. Wenn man es so dribbelt, dass Sasakalajic und Borna Sosa noch bleiben, dann würde es eine relativ gute Saison für Stuttgart werden. Stand jetzt aber Platz 13. Gehen wir mal langsam aus dem Abstiegskampf raus und kommen wir zu Platz 12. Auf Platz 12 habe ich den 1. FSV Mainz 05. Zu Mainz kann ich relativ wenig erzählen und habe mich auch am wenigsten mit ihnen beschäftigt. Bo Svensson ist ein guter Trainer, der Kader ist relativ okay, schwierig wird es nur in der Defensive. Dort hat man sich nach dem Abgang von Sanchez und Moussa Niacate deutlich verschlechtert. Da könnte eine Schwachstille sein, aber sonst sehe ich Mainz nicht in Gefahr und wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird Borussia Mönchengladbach auf Platz 11. Gladbach ist einer von ein paar Vereinen, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Ich habe viele Prognosen geschaut, wo Gladbach auf einem internationalen Qualifikationsplatz steht, aber ich habe auch viele gesehen, die glauben, dass die Fohlen nächstes Jahr um den Abstieg spielen werden. Meiner Meinung nach wird Gladbach weder was mit Europa, weder was mit dem Abstieg zu tun haben. Ich bin zwar von Farke nicht so überzeugt und der Kader ist immer noch derselbe. Man könnte sogar wichtige Leistungsträger verlieren. Deshalb ich Borussia Mönchengladbach dieses Jahr im souveränen Mittelfeld sehe, also auf Platz 11. Jetzt wird es, glaube ich, wieder kontrovers auf Platz 10 der SV Werder Bremen. Der SV Werder Bremen wird meiner Meinung nach die Überraschung der Saison werden. Auch wenn Schalke und nicht Werder letzte Saison die Zweiligameisterschaft gewannen, war für mich die Fischköpfe der bessere Aufsteiger. Zu Beginn sah es für Bremen nicht so suppi aus, aber der gefälschte Impfausweis von Markus Anfang war das Beste, was Werder jemals widerfahren ist. Man bekam Ole Werner, ein Trainer, der sehr viel kann und es auch bei Werder gezeigt hat. Ich bin von Ole Werner absolut überzeugt. Für ihn wird es auch eine extra Motivation sein. Mit Kiel ist er fast mal in die Bundesliga aufgestiegen und jetzt hat es mit Werder endlich mal geklappt. Dazu konnte man den Kader vom letzten Jahr komplett zusammenhalten. Bis auf Ömer Toprak ist kein einziger wichtiger Leistungsträger gegangen. Gleichzeitig hat man sich mit Niklas Stark und Amos Pieper und Co. seinen Kader nochmal verstärkt. Für mich wird Werder Bremen der bessere Aufsteiger sein und mit Platz 10 die Überraschung der Saison. Kommen wir zum ersten einstelligen Tabellenplatz auf Platz 9 der VfL Wolfsburg. Wie viele andere Experten, Kritiker und Predictor vor mir finde ich, dass man den VfL Wolfsburg überhaupt nicht einschätzen kann. Von Platz 5 bis Platz 16 ist alles möglich und realistisch und das wäre auch typisch Wolfsburg, wenn sie erstmal zwei Jahre lang wieder in der Relegation spielen. Ich wünsche ihnen nur das Beste. Man hat mit Niko Kovac einen sehr, sehr guten Mann an Bord geholt. Zum Gegensatz zu Marc Van Wommel hat Kovac Bundesliga-Erfahrung sowohl bei Frankfurt als auch bei den Bayern bei seiner letzten Station in Monaco. War er bis Ende hin auch nicht schlecht, solange Jörg Schmadtke sich nicht wieder bei den Trainern unbeliebt macht. Hoffe ich, dass Niko Kovac lange im Amt bleibt. Ich bin absolut überzeugt von ihnen. Letzte Saison hat Wolfsburg deutlich unterperformt. Mit dessen Kader müssen sie mehr machen und werden sie auch. Sie haben kaum wichtige Leistungsträger verloren. Nur der Wechsel von Zawa Schlager zu RB Leipzig tut weh. Die Transfers waren meiner Meinung nach okay. Ich hoffe und glaube, dass der VfL eine ordentliche Saison spielt. Würde mich aber nicht wundern, wenn sie am Ende im Abstiegskampf landen. VfL Wolfsburg, Platz 9. Wir nähern uns die internationalen Plätze und auf Rang 8 ist der 1. FC Union Berlin. Union Berlin macht für mich eine sehr, sehr gute Arbeit. Vielleicht die Beste in der Bundesliga? Okay, eine der Besten. Die typischen Union-Transfers finde ich absolut klasse. Und werden den Verein diese Saison absolut stärken. Jahr für Jahr tippen Union immer schlechter, als sie es eigentlich sind. Am Ende beweisen sie uns immer das Gegenteil. Es gibt immer einen Hampelmann der Union in den Abstiegskampf tippt. Ich sehe sie da überhaupt gar nicht. Ich sehe sie eher um die internationalen Plätze kämpfen. Meiner Meinung nach werden sie eine sehr, sehr solide Saison spielen. Union Berlin auf Platz 8. Je nachdem, wer den DFB-Pokal gewinnt, kommen wir zu einem eventuellen Conference League-Rang. Auf den 7. Platz habe ich die TSG 1899 Hoffenheim. Dieser Tipp ist eher ein Gefühlstipp. Genauso wie meins habe ich mich sehr wenig mit der TSG krass auseinandergesetzt. Will mir jetzt auch nichts aus dem Hinterziehen mit irgendwelchen Argumenten. Das ist einfach mein Gefühl. Da denke ich einfach, dass die TSG da hinkommt. Man hat zwar David Raum verloren. Das tut sehr weh. Die Frage ist auch, wie gut man ihn ersetzen kann. Auch ist ein Riesenfragezeichen, wie gut André Breitenreiter ist. Letzte Saison überraschend mit den FC Zürich die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Zwar ist Breitenreiter in der Bundesliga bekannt und hat auch ein oder anderen Erstligisten geleitet. Aber ich bin da einfach mal gespannt und mal gucken. Sonst finde ich die Qualität im Kader recht gut und damit wird man sicherlich die Conference League erreichen. Platz 6 Eintracht Frankfurt. Der Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt sehe ich auf den 6. Platz und damit auf einen möglichen Quali-Platz wie den Europapokal. Die SGE hatte kaum schwere Abgänge zu verbuchen. Kostic ist geblieben, Kamada ist geblieben. Dazu hat man noch einige gute Transfers getätigt mit Mario Götze von PSV und Lukas Alario von Bayern 04 Leverkusen. Jens-Peter Hauge ist anscheinend, wie ich von vielen gehört habe, ein Transfer, der ins Klo gegriffen wurde. Hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Also, naja. Eintracht Frankfurt hat sich durch den Europapokalsieg 2022 erstmals für die UEFA Schemzi qualifiziert. Da ist man auch mächtig gespannt. Und, naja, wie man sich dort schlägt. Man kann zwar von einer Dreifachbelastung sprechen, aber durch die Europapokal-Nächte ist Frankfurt daran eigentlich schon gewohnt. Man hat zwar, lustigerweise, direkt am ersten Spieltag 6 zu 1 gegen die Bayern verloren. Ich hoffe, das kann man verkraften. Aber ganz ehrlich, das sind die Bayern. Also, wer hat noch nie 6 zu 1 gegen die Bayern verloren? Also, das kann man verkraften. Von Frankfurt's Trainer Oliver Glasner, wisst ihr, bin ich absolut überzeugt. Schon seine Zeit in Wolfsburg war mega, als er sie in die Königsklasse geführt hat. Irgendwie schon eine lustige Story. Oliver Glasner qualifiziert sich für die Schemzi mit dem VfL Wolfsburg, um im darauffolgenden Sommer zu Eintracht Frankfurt zu gehen, die nur in der Europa League spielen, um dort die Europa League zu gewinnen, um sich dafür für die Schemzi zu qualifizieren. Absoluter 300 IQ-Move. Für mich Oliver Glasners Jungs auf Platz 6. In den Top 5 angelangt haben wir auf Platz 5 den SC Freiburg. Es ist einfach nur erstaunlich, was für eine gute Arbeit der Sportclub in den letzten Jahren gemacht hat. Christian Streich ist seit gefühlt Steinzeitjahren bei den Vereinen und macht seine Arbeit Jahr für Jahr immer besser. Und der Verein wird einen auch immer sympathischer. Man arbeitet dort absolut ruhig, man hat dort absolut keinen Stress, man hört kaum was Negatives. Wenn man einen Leistungsträger ausfällt, kriegt man es immerhin, diese Position mit einem guten und talentierten Jugendspieler aus der eigenen Akademie zu ersetzen. Mit dem Einzug ins DFB-Pokalfinale und der Qualifikation für Europa hat man eine sehr, sehr gute Saison gespielt, die nochmal wiederholt werden kann. Man ist in der Offensive sehr gut und breit aufgestellt und man hat kaum nennenswerte Leistungsträger verloren. Philipp Lienhardt, Christian Günther, Vincenzo Grifo sind immer noch da. Nur einen wichtigen Leistungsträger hat man verloren, Nico Stotterbeck an Borussia Dortmund. Aber mit Matthias Ginter haben wir nicht nur einen geeigneten Ersatz gefunden, sondern auch einen absoluten Transferhammer für Freiburgs Verhältnisse eingetütet. Und es ist erstaunlich, wo Ginter eigentlich vorher alles gehandelt wurde. Auch die Verpflichtung von Rizzo Dohan von Pace W. Eindhoven war richtig und wichtig. Was vielleicht noch wehtun könnte, ist die Bauchmuskelzerrung von Kevin Schade. Ist zwar schade und Rücker ist bisher unbekannt, aber hoffentlich ist er bald wieder fit. Man kann und muss noch die Dreifachbelastung erwähnen. Letztes Mal, als die Breisgauer international gespielt haben, sind sie später abgestiegen. Jedoch muss man hierbei bedenken, dass als Freiburg das letzte Mal international unterwegs war, mehrere Jahre vergangen sind und der Klub jetzt ein ganz anderer ist und deutlich besser arbeitet. Also Freiburg für mich auf Platz 5. Auf Platz 4 und auf einem direkten Champions League Qualifikationsplatz ist Bayer 04 Leverkusen. Anfangs wollte ich Bayer 04 Leverkusen auf den zweiten Platz einplatzieren, um einen Hot Take zu haben. Jedoch ist für mich ein Hot Take ein Take, der halt nicht jeder macht. Jedoch sehe ich hier sehr viele Leute, die Bayer Leverkusen sehr weit oben gerankt haben. Und irgendwie fand ich es auch ein bisschen langweilig und es hatte nichts mit einem Hot Take zu tun. Sondern irgendwie fühlt es sich so an wie eine Prognose, die einer mal gesagt hat, oh Leverkusen wird krass und deswegen jeder sie nachmacht. Ich denke, dass Bayer Leverkusen schon eine gute Saison spielen wird, aber zweiter und es gibt auch Leute, die sagen, Meister, das ist mir auch schon zu viel. Ich sehe nicht, wie Bayer 04 Leverkusen gegen Bayern, RB und Dortmund da mehr als, keine Ahnung, sechs Punkte holen werden. Ich denke, sie werden mit Platz 4 ganz zufrieden sein. Und sie werden nicht so eine schlechte, das hört sich so an, als würde ich gerade Leverkusen bashen. Aber sie werden für mich eine gute Saison spielen, aber ich sehe sie trotzdem nicht besser als Platz 3. Man hat den Kader von letzter Saison zusammengehalten. Ceohane ist für mich ein sehr guter Trainer, der ist auch geblieben. Und mit Adam Klocek hat man einen sehr guten und sehr jungen Spieler geholt. Dazu hoffe ich einfach, dass Florian Wirtz über die Saison hinaus unverletzt bleibt und auch wieder schnell gesund wird. Außerdem hat man mit Patrick Schick einen Mann im Sturm, der sehr, sehr viele Tore schießen wird. Nach dem Abgang von Erling Haaland und Robert Lewandowski hat er eine sehr, sehr realistische Chance auf die Torjägerkanone 2022-2023. Und dieser wird er meiner Meinung nach mit höchster Wahrscheinlichkeit auch holen. Platz 3 und die Bronze-Medaille erhält Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat diesen Sommer einige Monster-Transfers getätigt. Karim Adiemi, Niklas Süle, Sebastian Allaire und Nico Schlotterbeck sind sehr gute Transfers, die im Kader von Borussia Dortmund absolut verbessern. Auch wenn man ein bisschen froh ist, dass Allaire weg ist, tut der Abgang schon echt weh. Denn mit Erling hatte man einen Spieler, der Tore garantieren kann. Nach dem tragischen Ausfall von Sebastian Allaire fehlt Dortmund so ein Knipser. Wenn man keinen adäquaten Ersatz findet, dann hat Dortmund ein Problem. Irgendwie sehe ich auch nicht, wie Dortmund ihre Inkonstanzen Griff bekommt. Ich wette mit euch, der BVB wird locker ein Spiel gegen Werder, Mainz, Augsburg oder Hoffenheim in dieser Saison verlieren. Das wäre typisch Dortmund. Und wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann wird es lange dauern, bis man die Bayern jagt. So richtig. Auch müssen die Fans das auch mal endlich in ihr Schädel bekommen und aufhören, ausreden für jeden Scheiß zu finden. Nicht der Videobeweis ist böse, nicht der DFB ist böse, nicht die Schiedsrichter sind böse, nicht die Bayern sind böse, sondern ihr seid alleine Schuld an euren eigenen Versagen. Ich klinge gerade so, als würde ich Dortmund überhaupt nichts gönnen, aber ganz im Gegenteil. Ich will wieder einen anderen Verein, außer die Bayern als Meister und auch gerne Dortmund. Lieber als RB Leipzig. Wie Prinzessin Lea zu Obi-Wan Kenobi sagte, hilft mir Borussia Dortmund, du bist meine einzige Hoffnung. Auf dem zweiten Tabellenplatz habe ich den FC Bayern München. Okay, das kann mir keiner ernst nehmen. Nein, auf dem zweiten Platz habe ich RB Leipzig, der Pokalsieger der letzten Saison, wird meiner Meinung nach Vizemeister. Man kann sich streiten, RB Zweiter, Dortmund Zweiter. Ich sehe hier RB noch ein kleines bisschen vor der Borussia, aber nur ein kleines bisschen. Ich finde erstaunlich, dass man Christopher in Kunku halten konnte, der für mich auch der beste Bundesligaspieler der abgelaufenen Saison war. Man hat kaum Leistungsträger verloren, die wehtun. Man konnte David Raum von Hoffenheim verpflichten, genauso wie Zawas Schlager von VfL Wolfsburg. Beide werden blind reinpassen. Auch habe ich gerade spontan gelesen, dass RB Leipzig Timo Werner wieder zurückgeholt hat von Chelsea. Naja, ob man ihn braucht? Also ich bin nicht so überzeugt von diesem Transfer, aber naja. Neugierig bin ich auch, wie Domenico Tedesco sich schlägt. Jetzt kann er sich richtig beweisen, mit dem DFB-Pokal-Triumph hat er auch einen Namen gemacht. Des Weiteren hat RB erstmals Titelluft geschnuppert und wird ganz heiß sein auf die neue Saison. Auf Platz 1 im Deutschlandmeister 2022-23 wird es zum 11. Mal in Folge, da gibt es keine andere Meinung, der FC Bayern München. Ich weiß, ich weiß, super langweilig, aber es ist halt so, die Bayern sind halt die absolute Macht in Deutschland. Und ich sehe auch gar nicht, wie eine Mannschaft an die überhaupt rankommt. Also ich sehe es absolut null, wie jemand die Bayern in 34 Spieltagen übertrumpfen würde. Also das sehe ich wirklich nicht. Und nach diesen Transfers von De Ligt, Gravenbech, Sadio Mané und diesen ganzen Hammers hat sich die Bayern auch zum Vergleich letztes Jahres deutlich verstärkt. Da kommt auch keine andere Mannschaft ran. Man hat zwar mit Lewandowski einen Leistungsträger aus der vergangenen Saison verloren, der auch Tore garantiert, aber das wird den Bayern auch überhaupt gar nicht wehtun. Vielleicht 5 oder 10 Prozent. Die Bayern werden ganz einfach Meister, weil sie die Bayern sind. Punkt. Ich hoffe, euch gefällt meine Tabellenprognose zur Bundesliga-Saison 2022-2023. Falls ihr was zu meckern habt, dann gerne damit in die Kommentare. Vielleicht können wir da einen ganz normalen Dialog führen. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, ich bin kein Fußball-Experte und behaupte auch nicht, dass ich Ahnung von jeden einzelnen Verein habe. Also lasst eure Kommentare mit. Du hast keine Ahnung von Fußball. Lasst sie einfach stecken und habt mal die Eier und postet eure Tabelle unten in die Kommentare. Und wir werden am Ende sehen, wer recht hat. Wenn ihr meine Prognose von der letzten Saison noch sehen wollt, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.